. 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 Fräulein, da ist Kuhnz. Kuhnz im Moment in Bünzen bei Boswell. Fräulein, ich hätte gerne eine Auskunft für Ihnen. Es handelt sich um folgendes. Ich bin hier für etwa 14 Tage in der Ferie, im Haus von Freunden. Und ich hätte gerne für die Zeit, in der ich hier eine eigene Telefonrechnung habe, weil ich ziemlich viel auswärts telefonieren musste, damit ich nicht jedes Telefon extra aufschreiben musste. Ist das möglich? Ja. Aha, ja. Also ja, doch. Sehr gerne, Fräulein. Danke Ihnen vielmals, Fräulein. Ja, hallo. Ja, da ist Kuhnz. Kuhnz in Bünzen. Ich bin hier im Haus von Freunden für ein paar Tage. Und, wie bitte? Bei Klaus. Ja, und ich hätte gerne gefragt, ob ich für die Zeit, in der ich hier bin, könnte ich eine eigene Telefonrechnung bekommen, weil ich ziemlich f... Wie? Nein, noch vorübergehend. Aha. Also ja, ja. Gern. Merci vielmals, Fräulein. Ja, grüß Sie, hier ist Kuhnz. Momentan in Bünzen. Ich bin hier im Haus von Freunden, die hier ein Haus haben, und wo ich gerne gefragt hätte, ob ich für die Zeit könnte... Wie? Wie bitte? Jawohl, es handelt sich um einen Auftrag. Quasi. In dem habe ich eben ziemlich viel loswärts... Aha. Aha, so, ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, hier ist Kuhnz, bitte, im Haus von Freunden. Ich bin hier im Haus von Freunden und hätte gerne eine eigene Rechnung haben. Für die nächste... Wie? Ferienhalber. Jawohl, ja. Und weil ich eben ziemlich viel loswärts stelle ich... Bei Klaus. Ja. Und weil ich... Bei Klaus. Klaus. Nein. Klaus. K wie Knopfloch. L wie Laus. Klaus. Richtig, jawohl. In Bünzen. Achso. Aha, ist das, ja, ja. Ja, verstanden. Dankeschön für die... Ähm. Hallo, ja, du ist Klaus im Moment in Bünzen vorübergehend. Ich bin hier bis Klaus... Äh. Kuhnz ist hier. Entschuldigung. Kuhnz. Ich bin hier bis Klaus, Ferienhalber vorübergehend in den Ferien. Und ich sollte... Das heisst, es handelt sich um eine Rechnung, wo ich... Wie bitte? Im Haus von Freunden. Äh, von Klaus. Klaus. K wie Knopfloch. L wie Laus. Jawohl, ja. Und ich... In Bünzen. Kuhnz. Aha. Also, ja, ja. Merci vielmals. Kuhnz. Kuhnz. Hallo, ja. Hier, du sind das Bünzen in Kuhnze. Kuhnz in Kuhnze, bitte. Und Sie sollten mir gerne eine Rechnung schicken für einen Aufenthalt, den ich hier im Haus von Klaus, wo du ein Ferienhalber Haus bei Kuhnze, bei Kuhnze, äh, 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 mach. Was? Ferienauftragsdienst? Wir können Sie nicht... Sind Sie so gut, danke. Dankeschön. Hallo? Hallo? Ja, sind Sie Klausen, Klausen. K wie Knopfloch. Ja, ich sollte bitte... Wie Knopfloch, ja. Ich sollte in Bünzen. Ja, ich sollte bitte ein Knopfloch haben, eine Rechnung haben für die Ferien. Was? Nein, nein, im Haus von Bünzen. Ne, von Klausen. Klausen, bei Boswil, bitte. Aha. Also, merci. Hallo? 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 Ja, bitte. Du hast Klausen bei Boswil? Nein, bei Kuhnze. Bei Kuhnze? 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 Persönlich? Ferienhalber vorübergehend, bitte, Fräulein. Können Sie mir bitte eine Ferienrechnung schicken? Den Telefonrechnung schicken? Was oder was? Nein, nein, Bünzen. Kuhnze. Wie Knopfloch. Jawohl. Ich sollte bitte eine Rechnung bestellen. Hallo? Im Knopfloch von Klausen. Im Haus von Bünzen. Jawohl. Können Sie mir bitte ein Haus schicken? Klaus schicken? Mit einer Rechnung? Hallo, Fräulein. Sie verstehen mich missen. Es handelt sich um das Knopfloch bei Bünzen. Bei Laus. Um Klaus, bei Kuhnze. Um das Telefon im Knopfloch. Hallo, Fräulein. Hallo, hallo. Oh, oh. Oh. Mmh. Uh? Uh? Uh?